Jo, was geht ab YouTube? Mein Name ist Joseph. Wir sind hier die Waldhunter. Und zwar wir suchen die krassesten, gefährlichsten Tiere hier im Wald. Und hier, ich bin nicht allein da, sondern dahinten ist auch noch, wie heißt er mit Joseph Nguyen? Joseph Nguyen. Weiß ich, wie der heißt, auch egal. Der ist auch mit am Start. Das ist Bruce Lee, kleiner Bruder. Falls die Viecher zu nah kommen, geht's ab. Joseph Nguyen, komm mal her. Bist du bereit, Kerle? Klar. So Leute, wir begeben uns jetzt in den Wald. Vorne ist Joseph Nguyen. Der ist vorne und beschützt uns. Das heißt, wenn jemand frontal uns eingreifen will, boxt er ihn einfach kaputt. Hier in diesem Wald gibt es super gefährliche Tiere. Wir suchen unter anderem mal einen Orga, dann noch ein Teletubby. Die sind auch irgendwo hier in dem Wald. Und, und ja, was uns auch so über den Weg läuft. Wir sind eigentlich ganz friendly. Kann aber sein, dass wir auch vielleicht einen Orga töten. Weil Joseph Nguyen hat Bock, jemand da sieht. Joseph, wie geht's dir da vorne? Spinn? Ja? Und was machen wir jetzt? Ja, wir gehen in den Wald. Lauf doch! Was ist da, Joseph? Spinn? Spinn? Es, es, es aber nicht. Die sind vielleicht giftig. Und, 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 und. Jeff? Ja? Ich hab Hunger. Hunger? Hunger? Ich rieche mir ganze Geld aus dem Nuss. Na, hier. Wie kann man essen? Ich will Fleisch. Ja Fleisch, dann müssen wir jagen gehen. Bruder, du hast mir Döner versprochen heute. Das ist schon irgendwo eine Dönerbude. Ja was soll ich machen? Nix machen. Laufen. Ich bin hier für dich da. Ja laufen. Oh Gott. Kommt mit, kommt mit. Glaubst du eigentlich würde Shakira ein Date mit mir machen? Ja. Date mit mir gehen. Wenn du mal wieder ins Gym gehen würdest. Ja, aber mein Gott. Aber Shakira, ich war mal hier im DM, da hat sie mir geschrieben mal. Aber irgendwer hat mich dann bitte geblockt. Ich glaube es war Management. Oh fuck, 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 fuck. Dahinten. Joseph in Schmui, in Schmui. Geh mal weiter rüber. Beschütz mich. Leute. Dahinten ist irgendwas. Huh. Dadass. Dahinten ist irgendwas. Ich sehe was tanzen. Siehst du's Joseph in Mui? Joseph siehst du's? Mui? Ja er sieht es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen uns... Das ist dieser Oger, wo ich gemeint hab. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir... Geh mir mal aus dem Gesichtfeld. Da hinten. Wir müssen nicht aufpassen. Da geht's richtig zur Sache. Dieser Oger kann sehr gefährlich sein. Ich würd sagen, wir gehen jetzt einfach in die andere Richtung. Lassen den Oger Oger sein. Oder? Bestimm fetzen. Du wolltest doch Fleisch. Ich bleib hinter dir Chef. Okay. Warum? Du bist da zu beschützen. Warum nicht? Ja weil du stark bist. Okay egal. Wir lassen jetzt diesen Oger einfach Oger sein da hinten. Und wir gehen weiter. Hoppe leise. Komm mit. Du bist so heftig zu kacken Mann. Hey. Komm wieder Chef. Ja ich kann nichts dafür. Ist nicht euer Scheißernst wirklich. Ihr zahlt mir schon so eine Scheißmarge als Kameramann. Und dann fickt ihr mich noch, dass ihr kein Toilettenpapier mitnimmt in den Wald. Was machen wir? Hast du nichts mitgenommen? Ich muss jetzt auch langsam scheißen. Jungs kein Problem. Ich hab heute zufällig... Hier. Die 16. und die 14. Ausgabe von Ninjago dabei. Aber ich empfehle dir natürlich hier die 16. Nein die 14. Weil hier kämpft der Zoomstrafe gegen den Roten. Check mal. Halt mal. Ja Baby. Ja okay. Nehm ich mit. Also der Kampf ist so gut. So gut. Was ist das? Kann man nicht nur in Ruhe kacken gehen Mann. Scheiße. Scheiße Mann. Warum filmst du dich überhaupt? Wie ich kacke? Geh weg! Wir sind hier. Im Trampelweg. Hier. Weißt du was das ist? Das ist ein Trampelweg. Da gibt es ein wildes Waldmonster. Nämens Knossi. Knossala. Der Jens. Der ist öfters auf dem Wald drin. Und der ist ganz gefährlich. Muss man richtig aufpassen bei dem. Weil. Wir wissen alle Kinder. Der frisst uns alle auf. Fenster. Ne. Also kommt mit. Wir müssen halt aufpassen auf den Knossala. Das ist ein Trampelweg von dem. Kann sein das irgendwo mal da oben auftaucht. Aber wir haben ja. Schmuh ihm. Gehen. 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 Prost. Oh koké. Noo. Jeep. Geh. Ich hab mich im Stich gelassen. Scheiß hab ich. Hast du die Knossen da hinten gesehen? Ich hab mich zum Sterben zurückgelassen. Wie mit dem Döner. Wegen dir verhungere ich oder sterbe durch Knossala. Übertreib jetzt nicht. Muschmoyi. Aber ich glaub wir sind jetzt nicht hier, Chef. Ich glaub auch. Wo ist denn dein Ding? Ich brauch die unbedingt. Ich hab mir meinen Vater gegeben. Da hinten ist er noch, komm. Wir gehen. Wohin müssen wir jetzt? Wohin? Vier Wege. Es sind nur zwei. Eins, zwei, drei, vier. Schon dumm. Wohin müssen wir jetzt? Wir können nicht wieder zurück. Du hast gesagt, du machst Ding. Die Richtung. Navigation. Behalte dich lieber und lauf lieber nicht in die Richtung von Knossala. Und geh mal. Am liebsten zurück wegen meinem Miniatur. Nein, nein, nicht zurück. Weiter. Wir haben uns alle getroffen. Normalerweise immer der Sonne entgegen. Also dann gehen wir so rum. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wisst ihr was das ist? Leerwolf. Nein. Nein. Liebende. Schlimmer. Liebende Menschen, die irgendwie in die Zahlen reingeritzt haben. Boah. Hier, siehst du? Minus gleich. Minus. Minus, Minus, Minus ergibt geteilt. Jungs, ich glaub das ist ne Matheformel. Oh nein, das ist der Weg hier raus. Wenn wir das nicht lösen können. Ja, du bist Aserte, mach. Ja. Ja, in die Richtung. Okay. Ja, vorne entgegen. Komm. Oh fuck man. Oh man. Du bist da vorne. In Guine. Was? Relaxo, relaxo. Was da? Ja, das ist ein Pokemon. Hast du Pokeflöte dabei? Nein. Ich hab doch gesagt, nimm mit. Vergessen. Oh Gott. Ja, zurück. 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 Fuck man, du Dummkopf man. In Guine man. Schmuiin, Guine. Entschuldige Gott. Hey, wo ist eigentlich in Guine hin? In Guine? Der war doch grad noch hier. Moin. Hallo. Chef. Ja. In Guine, was machst du da? Ninjago gefunden. Oh Gott im Himmel. Dachte ich, wir hätten dich verloren, Mann. Nein. Komm. Komm mit. Geh mal jetzt essen. Nein. Entschuldige Döner. Nein. Ist ja schon wieder da, Mann. Scheiße, du. Döner, Mann. Jo, Leute. Wir haben es hier heile aus dem Wald geschafft. Auch in Guine hat er auch überlebt. Gott sei Dank. Ich hab immer noch einen Herzkast. Jo, was ist mit dir? Was ist los, Chef? Was machst du hier? Komm wieder nach hinten. Verpiss dich. Ich mach grad ein Outro. Nach hinten. Ich kündige. Wie du kündigst? Ja komm, verpiss dich wieder in den Wald. Komm. Abfahrt. So Leute, Dankeschön fürs Zusehen. Ich küss eure Herzen. Wir haben alle überlebt. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, die Jagd irgendwelche Viecher im Wald. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Kuss geht raus.